Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Daily Folge. Heute am Donnerstag, 21. Juni 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 398 und ich habe heute die folgenden Themen für euch bereit. Zwei auf Rechnung, Influencer-Plattform, YouTube Music, Apple Pay, LG, Schweizer Bahnhöfe und MSN App. Wir beginnen mit der SBB. Die hat nämlich vor kurzem etwas eingeführt, was Schweizer lieben und das ist das Bezahlen auf Rechnung. Denn der Schweizer bezahlt nicht gerne mit Kreditkarte, nicht gerne mit Karte, also doch auch schon gerne mit, also einfach im Internet, sagen wir es so, nicht gerne mit eben Kreditkarten und ähnlichen Möglichkeiten, die dahinter stecken, wie Paypal etc. Und deshalb hat man jetzt eben in der App angeboten, auch das über die Rechnung zu bezahlen. Und bei 10.000 Billionen täglich kommt da doch einige Rechnungen zusammen und das ist natürlich nicht ganz so einfach, denn bei Kreditkarten ist eine grosse Geschichte, da geht das Geld direkt weg und es geht nur weg, wenn es auch auf der Kreditkarte im Rahmen der Möglichkeiten liegt. Bei Rechnungen gibt es halt immer die Geschichte mit dem Nicht-Bezahlen, Verspätet-Bezahlen etc. Dennoch, wenn man natürlich mehr Leute in die App bekommen möchte, ein Ding, was die SBB halt so vorantreiben muss. Wir gehen weiter mit Facebook und da gibt es bald Neuigkeiten. Nachdem sie jetzt eine Jobplattform und was war es noch, irgendwas angeboten haben, ist Facebook wieder einen Schritt weiter gegangen und es dringen eben immer mehr Fakten dazu raus, dass Facebook in Zukunft auch eine Influencer-Plattform anbieten möchte. Quasi ein Tool, womit man als Firma die Influencer finden kann, welche zu einer eigenen Firma passen und wo es stimmig ist und für die Creator, also für die sogenannten Facebook-Creator eine Möglichkeit, um gezielt eben da mit Firmen in Kontakt zu treten. Die Mentions-App, die es schon vor längerem eingestellt wurde, die es auch nur für iOS gab, wurde mittlerweile auch wieder reaktiviert unter einem neuen Namen, quasi eben der Facebook-Creator-App und der grosse Unterschied, nach wie vor gibt es sie leider nur für iOS, ist aber, dass man da nicht nur Leute reinlässt, die einen verifizierten Account haben, sondern eigentlich jeden, der da rein möchte und eben Content kreieren möchte. Vor allem auch, wenn Sponsored-Posts sind und so weiter, braucht man ja gewisse Dinge, um das richtig auszuweisen. Grundsätzlich eine interessante Geschichte, sicherlich für die eine oder andere Agentur, die sich in die Richtung spezialisiert hat, sicherlich nicht ganz so einfach auf längere Sicht gesehen. Oder eben doch, das wird sich zeigen mit der Zukunft. Was genau da alles ist und was da alles noch kommen mag, Wir haben auf daily.geektalk.ch wie immer einen Link mit einem ausführlichen Text dazu auf allfacebook.de Ja, gestern, vorgestern hat Google ja was rausgehauen, zwar YouTube Music und Prime, Premium, besser gesagt. Das Ganze ist die Möglichkeit, um auf YouTube Musik zu abonnieren, quasi wie man es von Spotify, Apple Music etc. kennt und anderen solchen Diensten, jetzt halt eben über YouTube. Geniale Möglichkeiten in dem Sinn, wenn man es nutzen möchte, um auch nur Musik abzuspielen und so weiter. Wem die Werbung stört, der kann das zusätzlichen oben dazu buchen. Für knapp zwei Euro sind es, glaube ich, mehr, bekommt man da eben auch noch die Werbung weg. Klick, äh, Add-on quasi dazu geschaltet. Genau, 11,99 kostet allein die Musikgeschichte und, ne, 9 Ungrad ist es beim, für die Musikgeschichte und 11,99 kommt zusammen, wenn ihr eben auch die Premiumgeschichte dazu buchen möchtet und in Zukunft keine Werbung mehr vor, mitten und über die ganzen Musik und auch sonstige Videogeschichten sehen möchtet. Es gibt auch ein Familienabo, das gespalten ist auf mehrere Geräte etc. Die ganzen Eckdaten dazu könnt ihr bei uns auf dem Digital Daily Blog nachlesen. Da haben wir alle Daten zusammengetragen. Wer es nutzen möchte, sicherlich eine praktische Geschichte. Ansonsten gibt es ja auch genügend Alternativen für den Weg. Gerade gestern oder vorgestern habe ich verlauten lassen, dass Apple Pay in Polen gestartet ist. Und jetzt kommt schon der nächste Schlag. Und vor allem Schlag in Richtung Deutschland, weil es da das leider immer noch nicht gibt. Und Österreich natürlich. Apple Pay startet in Norwegen. Für all diejenigen, die da oben zu Hause sind, sehr, sehr schön. Ähnlich wie in Polen ist da besonders interessant. Da sind nämlich Banken dahinter, die einfach nicht, wie wir in der Schweiz hier, so ein paar kleine Geschichten, die nicht wirklich die grosse Masse an Kunden haben, sondern auch grössere Namen mit dabei sind. Und das gefällt auf jeden Fall. Was macht man, wenn das eigene Gerät nicht gut genug ist, um sich selber sprechen zu lassen, respektive, ja, um gehört zu werden und sich mehr verkauft dadurch? Dann zieht man halt über die Konkurrenz her. Und genau so macht es LG, die zwar ein wirklich gutes Telefon wieder mal auf den Markt gebracht haben, das LG G7 ThinQ, doch irgendwie kommt das Ganze nicht so in Schwung, wie man es gehofft hat und leider auch bei den letzten Modellen so gewesen ist. Und deshalb gibt es jetzt im neuesten Werbespot einen kleinen Hint in Richtung iPhone, respektive Apple Nutzer. Wer den noch nicht gesehen hat, wir haben ihn in den Shownotes verlinkt für euch zum Anklicken und Anschauen. Dann in der Apple Maps ist mir vor zwei Tagen aufgefallen, über eine dritte App, nämlich über die Schweizer Bahnhof-App, dass in der Apple Maps deutlich mehr Daten zu den Bahnhöfen drin sind. Ich habe das irgendwie unbewusst wahrgenommen und gar nicht richtig verarbeitet, bis mir heute ein Tweet vom Highbuilder unter mein Twitter-Account gekommen ist. Und der hat nämlich geschrieben, spannend, Apple Maps zeigt neuerdings mehr Details zu Bahnhöfen, ob da bald ein ÖV-Routing in der Schweiz kommt. Und das wäre ja besonders spannend. In Deutschland gibt es ja das, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Österreich ja auch eingeführt vor circa einem halben, dreiviertel Jahr. Und darauf warte ich ja schon länger, dass ich in meiner Apple Maps auch auf die Daten zugreifen kann. Zumindest die SBB und Konsorten, die haben ja die ganzen Daten per Open Data offengelegt. Somit wäre es eigentlich nur ein kleiner, in Anführungsschlusszeichen, Klacks von Apple, die ganzen Daten auch zu integrieren und dann zu nutzen. Natürlich alles eine Kostenfrage, aber ich hoffe, dass die Möglichkeit bald kommen wird. Vor allem, da ich ja fleissig auf Hashtag Schweizer Bahnhof Fotos CH unterwegs bin. Und wenn ich da in der Map nicht nur den Weg, den ich zu Fuss von Bahnhof zu Bahnhof gehe, raussuchen könnte, sondern auch die Zwischenschritte raussuchen könnte, wäre das auf jeden Fall eine Erreichterung. Eine App weniger, die ich dann da rumgurken muss. Neuigkeiten gibt es auch zu der MSN-App. Möchtet ihr euch an MSN erinnern? Das war ja früher mal diese Chat-Möglichkeit von Microsoft. Gab es dann auch lange und eigentlich bis jetzt eigentlich eine News-Plattform, die MSN-News-Plattform, die Microsoft auch gross ausgebaut hat vor ein paar Jahren und nochmals damit rumgerührt hat. Und die wird jetzt rebrandet, und zwar in Microsoft-Nachrichten. Macht irgendwie Sinn. Google News ist ja auch gewechselt worden und Apple News gibt es in dem Sinn auch. Somit passt es natürlich besser, wenn da der Brand dahinter steckt, wo das Ganze stattfindet. Und dazu gibt es natürlich auch eine entsprechende App und auch die wurde upgedatet. Microsoft-Nachrichten. Wer die Nachrichten also über die Quelle beziehen möchte, eine Möglichkeit in der Zukunft. Ja, das war es wieder mal an News, die ich für heute bereit habe. Morgen, der letzte Tag, Freitag, habe ich dann nochmals was für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder reinhört. Rückmeldungen, Feedback, gerne wie immer über die üblichen Kanäle. Ansonsten bleibt es mir, euch einen wundervollen und erfolgreichen Tag zu wünschen. Und ja, bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.